Emory hier am Start. Ich bin gerade vom Aufenthalt gekommen und hab mir gedacht, ich schicke jemanden, einer besonderen Person, ganz liebe Grüße. Welcome Bruderherz, du bist der Beste, du machst die geilsten Logos, du machst die geilsten Flyer, du machst die geilsten Banner. Und du weißt, mit Gott ist alles möglich Bruder. Also, falls irgendjemand da draußen geile Flyer, geile Banner braucht, Volkan Lil Bass macht alles perfekt. Also, Emory Bruderherz, pass auf dich auf und wir sehen uns sehr, sehr bald. Peace! Peace!